Musik Servus Leute und eine weitere Folge Rust hier für euch Schön, dass ihr heute wieder dabei seid Der Shirako und der Pushover spielen heute wieder für euch Jawoll Dankeschön für den Stein Ach, das war der Stein? Nein! Ja, natürlich No! Kann nicht machen, das kann nicht angehen, ey Wir haben ein winziges Update Ich habe mir von Shirako eben schnell die P250 craften lassen Von der wir den Blueprint in letzter Folge gefunden hatten Ja, ein schönes Ding Oh ja Ich habe sie jetzt auch mal dabei, damit ihr sie mal sehen könnt Jetzt geht es darum, dass wir uns mal die andere Richtung der Map angucken Also vorher sind wir da hinten ja langgegangen Da ist unsere Base und da hinten sind wir langgegangen Jetzt gehen wir mal rechts lang, schauen mal, was wir hier so finden Eventuell ja vielleicht auch mal so ein paar Spieler putzen Wo man sich mal überlegen könnte, ob man die mal vielleicht ausnimmt Ja Wäre was Und Ähm Ja Ich möchte halt gerne Ich habe Auch noch ein bisschen Material dabei Weil ich nämlich Später Ein paar Low-Quality Metal brauche Für die Flashlight Mod Für meine P2 Ops, oder P250 Da bin ich gerade mit der Maus ausgerutscht Ähm Ja Ja, ich bin hier noch unterwegs mit meinem One-Hit-Wonder Ich liebe dieses kleine Drecks Dieses kleine Drecksteil, ey Das ist einfach so schön, ey Ganz ehrlich Es ist eine totale Dreckswaffe, aber sie ist halt einfach ein One-Hit-Wonder Das gefällt mir einfach Ach, ist das schön Ach, scheiß auf den Wolf, komm Ach, ja Ja Ja, wir werden jetzt nebenher hier noch ein bisschen farmen Einfach damit wir hier so ein bisschen an Ach, komm Scheiß drauf, ey Du haust drauf, der Haufen wird kleiner Ich treffe nicht mehr So geil Dreimal hintereinander, weißt du Total mega, ey Ja, läuft Ich würde sagen, also Ich habe hier gerade noch eine Spielerhütte gefunden Ach, das ist glaube ich die eine Hütte, wo ich auch schon mal durchs Fenster geklettert bin Die eine Folge Ich bin mir gerade nicht sicher Ah, okay Ich würde übrigens vorschlagen Du kümmerst dich hier um die Bäume Und ich renne dann einfach weiter zu den Vorkommen Ich denke mal, das passt so, oder? Ja Ja, ne? Was ist das da für eine Butze? Kann man da einsteigen? Lol, hier sieht es auch ganz gut aus Okay, also ich glaube, der Joke hat gerade nicht gezündet Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass du jetzt die Bäume abfarmst und ich gehe jetzt zu den Vorkommen Ach so, die Bäume, ja Ich habe schon zu logisch gedacht und habe bei den Bäumen halt an diese Holzvorkommen gegangen Ach so Also nicht dieses Ein-Wut Ja Zwei-Wut Hast du etwa schon wieder an das Gute in mir geglaubt? Das ist, ach man, echt So, Moment Ich muss eben einen Baum farmen Ein-Wut Ein-Wut Zwei-Wut Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Hey, soweit beim Wechsel Ein-Wut Zwei-Wut Äh, Uhrzeit Uhrzeit, es ist 13 Uhr, 15 Uhr, Quatsch Ja, sehr geil Merkst du einfach, einfach merken, das passt Oh, nochmal Stein, das ist natürlich sehr geil Oh, ja, mehr Mehr Läuft Ja, das bist du Überhaupt einfach mal, das bist du Ja, ich denke auch Ah, nein, ich wollte die Munition sparen Oh, da haben wir schon gleich, äh, Radiator, äh, äh, Radiation Town, die ein bisschen größer ist In welcher Richtung? Oh, cool Äh, Straße hoch Straße hoch, oh, dann bin ich anscheinend Bein Mitarbeiter und die ist auch etwas größer, glaube ich Nein, ich hab die Ratz nicht dabei, die Pillen Die auch nicht Ahhhh Aber ich hab sie das letzte Mal auch nicht gebraucht, ehrlich gesagt Ja, aber wenn das Ding größer ist, dann könnte es gut sein, dass wir sie hier brauchen, ne? Äh, okay, ich bin jetzt gerade drin und bin schon bei 80 Ja, ja Das heißt Ja, gut, man muss gucken, manchmal hört es ja einfach irgendwann mal auf, ne? Wenn die Strahlung nicht zu hoch ist Hört irgendwann mal auf, ja, über 500 nimmst halt Schaden, ne? Mh, na gut, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel, ne? Äh, also ich hab noch nicht Schaden durch Radiation gekriegt, deswegen Boah, das, ach, das ist Radiation, Radiation, da heißt ja, wie kann ich das gar nicht ausspringen Radiation Okay, das, was ich jetzt gerade mache, ist ein bisschen risikoweich, wie alles, was ich gerne mal mache Du hast schon, du hast, okay, du hast schon Schaden durch Radiation gekriegt, jetzt? Nein, noch nicht Ah, noch nicht, okay Ich bin bei 321, eine Kiste hätte ich gerne noch Ja, da kannst du doch mal durch, du wirst, ich glaube nicht, dass du so viel Schaden bekommst, oder? Äh, ich weiß es nicht Äh, wo bist du lang gelaufen? Nicht, dass wir jetzt die gleichen Gebäude ablaufen Ich bin da total kurz und quer, irgendwie Ja, wo bist du rein? Äh, ich bin durch diesen Haupteingang da an der Straße rein Und dann das erste und zweite Gebäude links Links? Okay, weil ich mache nämlich gerade rechts Ich muss gerade mal eben hier kurz per Seite, ich will mir die Blueprint angucken, die ich gefunden habe Ich weiß nämlich nicht, was das jetzt war Einfach aktivieren Oh, Shotgun-Blueprint Ja, das ist gut, das habe ich ja schon Ja So, jetzt will ich mal eben ganz kurz hier mal eben Boah, also wie lange, wie weit geht das Gebiet hier? Äh Also, ich will ja jetzt keine Kinder mehr, so wie es aussieht Also, ich glaube, ich will Selbst wenn ich wollte, hätte ich bald kein Ich bin jetzt in der roten Radiation Jetzt geht es wieder runter Ne, ich komme gar nicht auf die 500 Ne, noch nicht Oh, scheiße, jetzt So, meine Radiation sinkt wieder Hier zum Glück relativ flink gerade Wahrscheinlich auch, hängt das auch damit zusammen, dass ich dieses Red Suit Wobei es plus 50 Radiation Shots gibt Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne Dass ich jetzt die Pillen nicht dabei habe Das war jetzt halt, ja Wir haben ein bisschen Glück Oh, Alter, hier sind richtig viele Zombie-Tiere Ja, das Problem ist, ich bin jetzt am Eingang, also da, wo wir reingekommen sind, wieder rausgegangen Ja, ich stürme da nochmal rein, einmal ganz durch Und, äh, schnapp mir da irgendein random Gebäude Einfach nur flink sein Boah, jetzt bin ich schon wieder bei 315 Ja, das ist natürlich krass Ja, ich sehe hier nochmal ein, äh, Dings, äh, Spielergebäude 377, äh, kann ich da irgendwo rein, kann ich da irgendwo rein, kann ich da irgendwo rein, kann ich das öffnen, ja Achso Äh Hm Ist natürlich jetzt auch cool 470, 476, 81 Äh, oh, da bin ich doof Okay, ich bin über 500 Oh, dann nimmst du aber gut Schaden Es geht, ja Ja, da war ne Mauer, da kam ich jetzt auch gar nicht rein Hm Okay, äh, ja, jetzt bin ich grad mit meiner Rat so high, wir sollten mal besser, also Ja, das war jetzt halt, naja Schießt du da? Boah Ich brauch jetzt sofort ne Antwort von dir Hast du geschossen? Ja Okay Okay Puh Schuss hab ich noch dabei Äh, hast auch gut vorgeplant Ach, ich hab ja Dings dabei Ähm, ja Mehr oder weniger Ich geh jetzt mal Straße zurück Da, wo wir herkamen Komm schon Bärchen Komm schon Schreib mich an Warte Okay Läuft Ach, ne Ne, Flair Oh, ja Ach, Alter Noch ein Wolf, ey Komm, wenn ich dich schon erschießen muss mit meiner schönen Munition Teuer Munition, dann Blut ich dich auch wenigstens Ah, noch einen Läuft Ah, nett Ja, wo ich hier gerade lauf, überknistert, außer jetzt Ach, mach mal zu Schießt der gerade Ja Ja, aber aus allen Rohren, ey Blueprint Was hab ich? 9mm Was? So? 9mm Pistol Blueprint Willst du mich verarschen? Hab ich auch Jetzt mal echt jetzt Das kann doch jeder von Anfang an Oder bin ich jetzt Oder verstehe ich da was falsch? Ne, ne Die 9mm Weapon Die du am Anfang craften kannst Das ist der Revolver Ach soo Oh nein Ja, ich glaube ich seh dich Lol Siehst du den Bär? Ne Siehst du den Bär nicht? Ne Ist es weg Hast schon ein bisschen zu viel Strahlung abgekriegt Kann das sein? Ne, ne, ne Verlegen ey Also nur so ein bisschen Ne Also Kommt mir langsam so vor Bei mir sind die alle tot Die hab ich alle gekillt Okay, der ist hops Ja, das stimmt Ich hab die alle abgeknallt Der ist auch tot Das ist nochmal ein Wolf Den ich mir gerne schnappen würde Ähm Aha Ja Aha Ist ja lustig Also auf Entfernung klingt Deine Deine Provisierte Schrotflinte Wie so Ja Ja Weiß ich auch nicht Aha Sag mir nichts Ja Auf jeden Fall nicht wie irgendwas großartiges Das ist einfach so ein Echt? Pfiou Ey, ja, ja Ich denke mal so Auf Entfernung klingen die Waffen wahrscheinlich In der Beta noch alle gleich Ja gut Das kann gut sein Ähm Macht die Ratz Ne Ne, die auch nicht Ne Oh, da ist ein Da ist ein Spielerhaus Mal gucken, was ich da reißen kann Ja, so langsam muss ich da halt echt mal irgendwie rein Ne, also Ich bin echt mal überlegen, ob ich das jetzt mal probiere Oh, das hat Wooden Doors Oder? Bist du jetzt am einkloppen? Hier ist gar keine Door drin Und da ist ein Metal Door Leck mir mal Also ich mach Ich ess jetzt mal was Ja, ne So So, jetzt Auf geht's hier Also ich geh jetzt da nochmal rein In die Dings? Ja In die Ja, ich, ich warte noch zwei Sekunden Ich will meine Radiation noch ein bisschen weiter runter haben Die Radiation ist es bei mir relativ hoch Aber halt mein Leben ist hoch Also ich möchte praktisch erst mit 600 ungefähr raus Eigentlich noch irgendwo ein Tierchen sein Schnappen kann ein Zorbitierchen Aber Ne, wenn du wahrscheinlich zu weit von der Stadt entfernt Egal Gute Hopp Ja, Entschuldigung So Ähm Dann geh ich da auch nochmal rein Aber Ich sollte vielleicht noch einen Weg suchen, wo viel mehr Eingang ist Okay Das ist definitiv ein Problem Äh Verdammt Äxt Huhuhu Lauf Ah, ich Das kann doch echt mal so langsam aufhören zu knistern Ah, geht doch Ich bin jetzt bei 600 Ja, ich Wenn ich Pech hab, werde ich vermutlich sterben Ach, mach keinen Scheiß jetzt, ey Ja, das könnte echt passieren Ich bin aber direkt auf der Straße Also selbst falls ich Jetzt geht's halt Ja, ich bin extrem verstrahlt gerade Aber richtig mega Ich bin nicht Leuchte ich schon Habe ich schon Habe ich schon so ein Glühen um mich rum Okay, jetzt hört's gleich auf 512 503 Und Ja Bin wieder im grünen Bereich Jetzt mir hier mal was essen hier Ne Und wie viel essen hast du noch dabei? Äh Ich hab noch ein paar Schokoriegel dabei Äh Mal Rest mal gucken Was muss ich denn Hier nochmal was drücken Äh Ah, dat läuft doch Geht wieder hoch Ähm Nix Nee, nix Nix mehr Ich hab noch rohes Fleisch Planung Planung Dann ess ich jetzt rohes Fleisch Warum hast du gar nix mehr? Vergiftet Dann machst du gleich lustige Geräusche, mein Freund Die Leute auf meinem Kanal, die wissen's noch aus meiner ersten Folge Scheiß ich echt kopf Die Geräusche sind einfach der Burner, ey Ja, das ist schon vorbei Krieg ich davon überhaupt noch was? Ich esse mal was Nee, das bringt gar nichts, ey Nur 100, ey Oh mein Gott Ja, ja sorry Also ich mein, hey Aber das war immerhin das, was ich dabei hatte halt, ne So Sollen wir nochmal rein Wenn ich voll gereckt bin Ja Meine Radiation ist auf Auf zu kotzen Alter, der Hunger, der nimmt davon ja noch wieder zu, ey Ja klar Ja klar, du kotzt ja alles wieder raus Ja gut, das stimmt natürlich, ne Fuck, ey Jedes Mal, wenn er da am kotzen ist Jetzt hat er eben so'n Ding gegessen Und das hat er jetzt auch schon wieder rausgespalten Ja, kotzt ja immer noch Was ist denn los? Ich hab so'ne Granola-Bar gegessen Oh, ist das geil, Alter Ist das schön Wir können jetzt gar nichts mehr essen Ohne, dass er hier am Göbeln ist, ey Sag mal, haben wir jetzt eigentlich Nacht gerade? Ja, jetzt ist er jetzt gerade Nacht geworden, oder? Nee Äh, nee? Hältst der Sonnenschein? Ja, nee Der Sonnenuntergang Wenn das jetzt der Sonnenuntergang war Ich hab das jetzt gerade verpeilt Ich wusste nicht, ob das die Nacht schon vorbei war Ob das die Sonne gerade aufgeht wieder So, jetzt Ich hab die ganze Nacht durchgekotzt, oder was? Ja, klar Was ist denn los, ey? Ich bin wieder mittendrin Wo? Willst du, Alter, jetzt mal ganz ehrlich Also Nein Echt mal Also, ne? So, Kommunikation und so, ne? Ich glaub, das Thema hatten wir schon mal Ja, Kommunikation sagt mir gerade Radiation Ja Liegt im Bereich des Möglichen Da, 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 da Da muss ich immer sein Äh, sag mir mal, wo du hingelaufen bist Gott zu quer, so ziemlich Also, ich lauf aber immer Richtung, Richtung Äh Da, wo es bei uns nach Hause geht Okay Das ist ne Kiste Weißte Wow, ich hab ein Small Stash gefunden Mega Rims 440, Alter Ich muss hier sowas von raus Nehme ich noch mit Ja Na, toll Nein Oh oh, ich nehm schon Schaden Jop, Tito Ah, was find ich hier für ne Kacke, ey Lauf Um dein Leben Wo ist hier der Ausgang Ich hab aber Essen gefunden Also, du wirst nicht verhungern Hoff ich Nein Was Ein Hund verfolgt mich Das ist halb so wild Ähm Das sagst du Das Problem ist, ich hab keine Schnellschusswaffe Das heißt, einmal trifft er mich definitiv Wo bist denn du jetzt? Ich bin auf der Straße wieder Ja, ja, ich auch Richtung Heimat Bist du vor mir, oder was? Oh mein Gott Ah, da rennst du Alter, du bist doch ein gutes Stück vor mir Ja, ja, ich muss es nur überleben Das ist jetzt gerade mein Prime Target Ist aber noch einer, oder? Das hört sich irgendwie seltsam an Ich sehe, wo es dich Ja, okay Wenigstens recke ich langsam wieder Health, ey Hallo Oh Gott Ich hab's auch geschafft Gott Ja, Wasser Wasser reduziert Rad Das ist natürlich Das hätte ich jetzt natürlich vorher gut gebrauchen können Tuna reduziert Rad Ja, ist, äh Ja, mega Kann ich den Köter hier stehen, ey Dum, dum, dum Ja gut, wenn du ihn jetzt pullst Kann ich ihn töten Ja, ich hab nur 22 AP, ne Ja, okay Das ist scheiße Schieß nicht daneben, Alter Ich hab ihn getroffen Aber Ey, wenn ich jetzt schieße, könnte ich die jetzt nicht mehr Ah, da ist noch einer Nein, 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 nein Ähm Ja, laufen Kreis ist gut Hab einen WTF stirbt nochmal Was der fuck Der stirbt nicht Jetzt aber Ich hab Hunger, ich muss weg. Ja, komm her, komm her. Hier, bleib hier, bleib hier. Ich habe gesagt, ich habe was gekriegt. So, hier und da. Und das muss reichen erstmal. Weil das Wasser würde ich gerne als Anti-Rat-Ding benutzen. Ach, Schokolade. Schokolade. Und er kaut ist, als wäre es irgendwie ein Kaffel. Alter, das ist... Die hab ich präpariert, Alter. Das ist Schokolade mit Nüsse. Kostet mal in Asphalt getunkt. Läuft. Warte mal, weißt du was? Ich geh jetzt das Risiko ein, dass uns einer sieht, aber ich bin jetzt grad voll für ein bisschen Licht, ey. Ich freuchte echt definitiv eigene Facecam, und dann kann ich wenigstens mit den Augen heulen, wenn du irgendeinen Kackspur ablässt, ey. Ja, und ich kann heulen, wenn du irgendeinen Kackspur ablässt. Wenigstens bin ich langsam am Recken, ey. Ich bin bei 2400 Foot. Ich auch. 700. Wollte grad sagen, du Elendiger Lügner. Weil ich... Ich glaub davon krieg ich bestimmt Legungen oder so. Vermutlich. Wie weit bist denn du grade? Wie weit? Äh, wie weit sind wir ja eigentlich grade? Ähm, wir haben quasi noch 4 Minuten. Nice. Aber ja, ich würd gern bei uns vom Shelter abschließen. Ja, würd ich auch gern. Das Problem ist halt nur, es ist halt vielleicht ein bisschen langweilig, wenn wir da nur so halt nach Hause laufen jetzt, ne. Ist egal, weil... Aufgrund der Nacht ja sowieso die Aufnahme... Dings... Äh... Ja, das ist ja sowieso egal. Das ist ja Latte. Ja. Aaaah, Farmen! Sie hat mit 60 KB hoch, ne? Ja. Boah. Boah, komm vor, ne. Passiert! Dauern nur ein paar Stündchen, ne? Boah. Ja, läuft. Krieg grad überhaupt nix mehr. Hab ich hier ne Fackel dabei? Ja, jetzt hasse ich mich grad dafür, dass ich die Fackeln immer wegschmeiße, ey. Mhm. Ja gut, die kam aber easy-weezy-craft... Oh, jetzt ist grad Pitchblack, ne? Ja, ich seh grad gar nix mehr. Hier, ich hab wieder eine angemacht. Du müsstest mich jetzt wieder sehen. Was hast du angemacht? Ja, also wenn du das nicht siehst... Ich seh nix. Wie jetzt, jetzt echt? Du läufst jetzt nicht. Hä? Ich hab ne Flair angemacht. Meist du mal? Ja, ne, ganz bestimmt nicht. Wieso nicht? Weil es meine letzte ist, du Bob! Ich glaub auf deinem Nickname hinterher. Ja, das ist doch, äh, ja. Klingt legitim, ne? Lauf nicht so schnell. Ja, ist klar. Ach ja, äh, nehm die Waffe aus da an. Ich glaub dann rennt man schneller. Nee. Äh, okay. Das ist jetzt grad so der spannendste Part, oder? Weil ich seh, hab hier echt was Schwarzes. Sie müssen doch einfach so weit hinten. Oh ja, das will ich haben. Achso, warte mal, ich schmeiß die jetzt mal hier in unseren Weg. Jetzt seh ich sie. Echt? Ja, ist die Straße, ja. Alles klar. Wär einfach nur geradeaus irgendwie gelaufen. Wär ich nirgends angekommen, ey. Das kann gut sein. Kannst du die wieder aufnehmen? Nee. Ah, okay, schade. Wie kommen wir jetzt weg? Keine Ahnung, aber da war Holz. Das war mir wichtiger. Holz? Ja, da war Holz. Ja, da war Holz. Da war Holz. Ja, da war Holz. So, kann ich sie wieder nehmen? Nee, ne? Warte mal, ich kann dir zeigen, warte mal. Hier gibt's nämlich... Wie hättest du deine Axt bitte, Alter? Deine Hand, ey, du, dass die nicht gebrochen ist gerade. Du stehst da wie so'n Krippel, Alter. Na super. Warte mal, ich hab nämlich hier Trick... Entschuldigung, aber... Hier, jetzt machen wir mal Trick 17 und so. Ja, bitte. Zeig ich dir gleich. Das ist mega. Knie vor mir, mein Jünger. Ja, mach ich, sobald du die Axt aus deinem Arm nimmst. Ja, nee. So, und auf geht's. Geil, ne? Bitte. Papa Shiro kann zaubern. Läuft. Punch-Over und Noctik gleich eine. Ja, ja, ist klar, ne? Kann ich das Ding eigentlich auch werfen? Nee, kann ich nicht. Ich würde ja zu gern mal meine Pumpgun an dir ausprobieren. Ach nee, hab ich ja! Das war aber echt nicht mit Absicht, Alter. Ist mal ohne Scheiß. Das ist kein Spaß und so, ne? Mhm. Also mal jetzt komplett seriously und so. Ja. Ja. Also es hat mir jetzt keinen Spaß bereitet oder so. Nee. Nee, nee. Mir auch nicht. Ach so, fast nicht. Aber so. Hahaha. Ich seh, ich krieg gleich voll einen in die Fresse. Ich seh's vollkommen. Hahaha. Hahaha. Du siehst so aus wie so facken Läufer von Olympia. Ist doch geil. Nur, dass du irgendwie komischerweise leuchtest, ohne ne facken Länder anzuhaben. Aber gut. Echt jetzt? Mhm. Irgendwie buggt dann gerade der Server, kann das? Nein. Ist einfach nur ein bisschen. Dann wird's dann hier liegen. Nein, lass mich einfach daran, du hattest grad eben deinen Arm so komisch verdreht und deine Axt quer in der Hand, ey. Es sah aus wie... Weiß ich auch nicht. Warte, bleib mal stehen. Guck mich mal an. Jetzt hast du die wieder in der Hand. Ja, okay. Äh, ich glaub, ist... Ich glaub, da vorne sind wir schon an der Ebene, oder? Oder? Ist das die Ebene? Ja, ne? Müsste. Ich glaub auch. Ja, Leute, ist natürlich jetzt absolut der spannendste Part gerade. Das tut mir jetzt total sorry. Hahaha. Hast du mal Nussschokolade? Ich geb dir gar nichts ein. Hahaha. Ich geb dir nicht mal Nüsse, ey. Hahaha. Obwohl, waren hier rechts Bäume? Ne, wir sind hier noch falsch. Ne. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alles cool. Echt? Ist noch cool? No, ist cool. Gehen weiter noch. Okay. Ich dachte, du wärst hier der Typ mit der Orientierung. Ja, ja, generell schon, nur. Ich hab irgendwie nicht drauf geachtet. Ah, ich glaub, das war der Felsen, an dem wir vorbei mussten. Ja, hab ich... Oder? Tatsächlich? Ja, ich glaube es. Ja, die Sicht ist halt grandios gerade. Hier müssen wir hoch, ne? Ne. Nein, 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 nein. Wir sind diesmal ja von oben rechts, von oben rechts gegangen. Ja, wir sind ja von der Anachricht. Ja, ja. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwann links abbiegen. Hoch. Hier ist Rad. Warum ist hier Rad? Wär echt richtig gelaufen. Das kommt mir alles sowas von gar nicht bekannt vor gerade. Ähm. Sag mal, kann das sein, dass wir schon viel zu lange gelaufen sind? Weiß ich nicht. Ich hab ja nix gesehen. Oh nein. Alter, das deprimiert mich grad ein bisschen. Was ist denn? Sag mal, das Haus, das kommt mir durch die Kante. Oh, warte mal. Jaaaa... Wir sind... Am Arsch? Richtig. Okay. Ja, hier ist das Haus, wo das Haus eingebaut wurde. Weißt du? Echt jetzt? Moment mal. Mussten wir an dem vorbei? Nein. Wir sind zu weit gelaufen. Ja, wir sind zu weit. Oh. Wollen wir dann noch schnell in die andere Radzone? Oh ja. Genau. Ich überleg's mir grad, weißt du? Weil, guck mal jetzt mal ganz ehrlich, also... Ich mach mal kurz ein Geräusch. Dung, dung, dung. Sonderfolge mit Überlänge. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, falls ihr gerne unsere Folgen schaut, dann habt ihr jetzt viel Spaß. Äh, rennt zurück, rennt zurück, rennt zurück. Oder nicht? Ich hab einen. Ich hab noch... Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss ist nicht viel Schuss. Und weißt du, was ich noch habe? Hm? Food 454, Tendenz sinkend. Ja, ist eben ein Notfall. Für den allerhöchsten Notfall hab ich noch Wasser. Nur, wie schon gesagt, ich würd's halt gerne lieber als Anti-Rad benutzen. Scheiße. Oh, okay. Oh. Oh. Punch over, erleg' ich das mit seinem Arsch. Oh, nochmal einer. Der verfolgt mich. Alter, du hast... Würdest du bitte deinen Arsch bewegen? Entschuldigung. Ganz ehrlich, ich weiß, das nächste Mal, wenn du das machst, renne ich einfach weiter. Ich loote dein Zeug nicht. So. Oh, oh. Und der Schatten war aber geil, wie du den erschossen hast. Echt? Ja, hier sieht man den Schatten, wie du den erschossen hast und dann da hingegangen bis zum Looten. LOL. Stimmt, das sieht ja mal geil aus, ey. LAL. Wieso ist mein Schatten da nicht? Deiner ist da. Bei mir ist... Bei mir ist meiner nicht da. So. Bei mir hab' ich keinen. Was macht der Baum denn da für einen lustigen Schatten? Nice. So, das war doch schon mal... Ja, mehr oder minder erfolgreich, würd ich sagen. Ja, also ich müsste jetzt eigentlich quasi... Quasi? Äh, da drinnen nur was zu essen finden, ne? Ja, wie schon gesagt, also wie viel hast du jetzt noch? Ich hab, äh, 370. Reicht dicke. Äh, ich wieder links, du rechts? Ja. Läuft. Äh, wo ist meine Fackel? Hier. Futter, 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 Futter. Ja, Medipack. Ja, Medipack, ja. Beiß mal rein. Das will ich sehen. Da sind Mineralstoffe, ein bisschen Eisen mit drin. Ah, also ich hab' Futter für dich. Und ich habe... Munition. Notfress ich auch Schwarzpulver. Oh, jetzt... Boah, das ist auch interessant jetzt, also. Hier noch. Da. Ich hab' noch einen Laser-Site gefunden. Und... eine ganze Menge Munition für meine 2... äh, für meine 9mm. Okay. 2mm. 2mm. Meine 2mm. Ja, deine ist 2mm. Ne. Irgendwie nicht. Und so. Ja, doch durch. Ja, ne. Oh ja, ich hab' Granola Bar. Ah, das ist doch auch schon mal was. Friss. Ach, ein bisschen mehr Licht wär' jetzt schon... Aber Granola Bar bringt halt irgendwie gar nix, ey. Das bringt vielleicht so 50 oder 100. Ich glaub' 100 waren's, ne. Glaub ich. Irgendwo, ja. Also, ja, ich bin zumindest jetzt so einigermaßen im... Alter, wie viele von diesen Scheiß, äh... Medi-Kids und Bandages ich finde, ne. Das ist unglaublich. Ich glaub' die Dinger kann man sprengen, oder? Warte mal. Ne, kann man nicht. Ja, die Firma... Dank, ne. Oh, hier ist der wunderschöne Sonnenaufgang. Ja, ist schon mega geil. Vor allen Dingen so schön mit diesen... Mit dieser Radiation. Ja, wir können auch mit dieser Radiation im Bild, ey. Mega geil. Ja, würd' ich sagen, rennen wir zurück, oder? Ja. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. Da war jetzt nicht mehr so viel Spannendes irgendwie. Bist du auch da oben gewesen? Äh, wo denn? Ja, da oben war ich. Mhm. Alles klar. Das ist spannend. Das ist spannend. Die Sonne... Geh' noch mal ein bisschen zurück. Geh' noch mal ein bisschen zurück. Da, wo du vorhin standest. Hier? Nein, nein. Nein, nein. Zurück. Also... Okay, lass' es einfach. Hat keinen Sinn. Was willst du von mir? Du hast grad... Du hast grad... Du hast grad in die Sonne deinen Schatten geworfen. Also nicht gegen... Also nicht... Weißt du, der Schatten war nicht hinter dir, sondern vor dir. Boah, was rennst du mir vor das Visier, ey? Ich hätte fast... Alter. Läuft. Wenn du schweigst, ne? Dann war da irgendwas Tolles drin. Echt? Nö. Metal Fragments. Toll, ne? Ja, ja. Hast du auch gesagt. Ja, ja. So... Läuft. Ja, ich würd' auch sagen, dass wir... Jetzt mal langsam, oder? Gen... Gen Heimat. Ja, in der Hoffnung, dass wir's diesmal finden. Ja. Ja, ich würd' sagen, dass wir jetzt hier einen Aufnahmestopp machen, sonst wird das Ding einfach zu lang. Und der Weg nach Hause, jetzt mal ganz ehrlich. Also, hey, ne? Das ist jetzt nicht grad... Hi Elo. Ja. Okay. Leute. Dann, äh... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Eine kleine Nachtwanderung in die Radgebiete. Und... Ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Shirako und der... Shadow Punch. Was? Ich Punch Lover. Punch Lover, Shadow Punch. Auf Doom aus der Hölle. Wir verabschieden uns bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Jetzt ein Mal wieder auf. Nie zurност... Associiert der Hölle. Geistert die Medal, die Schmerz aller in McDonald's, den sieetybenentносten unter